Musik Wir werfen der Frauen. Siegerin Herma Baumer Österreich mit einem Wurf von 45,57 Metern. Ein neuer olympischer Rekord. Dann bin ich aufs Zimmer gekommen, da haben meine anderen Kolleginnen ein Biskuit, ein Stückerl Schokolade, ein Stückerl Mannerschnitten, so haben sie mich hingelegt. Hat man doch nichts gekriegt sonst. Und das hat mich sehr gefreut.